und und hoch geht's er zückt er wieder so geil runter oh ne, schade schade, schade Geht mir hoch! Oh mein Gott Jo, er hat ja nur Panzerabwehr aufm Rücken er ist ein Soldat er kann das Lässt er gleich die Leiter runter? Wahrscheinlich, ne? Wo geht's? Stufe für Stufe Auge um Auge, Zahn um Zahn Ich lädte die Leiter hoch Denn dann ist das alt getan Dick Dick So muss es sein Was ist denn mit ihm da los? Er geht hier richtig ab Er ist, glaub ich, ein Sportner 1 Aber, ne? Muss nicht sein Ja, brauchst du nicht hinterher winken Oh mein Gott Boah, schön Auch die Blickwinkel, wie sie jedes Mal mitgehen, die Blicke Richtig geil Jo, hier hat jemand Spaß auf erzuletzt Oh, was ist jetzt los? Ich hab ihn! Lass ihn Ruhe Stich zu Lass ihn Ruhe 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 Wo soll jetzt noch jemand herkommen? Lass uns mit uns heilen, sonst wird das hier alles nichts. Ich habe jetzt auch noch den Arsch. Durchgehen. Gutes Timing. Weiter so. So, die Mission war doch gerade schon mal ein bisschen schwerer, weil hier gerade wirklich viele Gegner waren. Ziemlich viel verteilt. Also, wenn diese Gleichzeit gehen sollte, gefällt es mir wirklich gut. Und ich freue mich umso geiler auf den Koop-Modus. Gentlemen, wir suchen nach Hinweisen auf Al-Bashir. Findet sie. Grabt alles um. Ihr da, übernehmt den Keller. Wir durchsuchen den übrigen Teil. Verstanden? Weckbern. Konto. Montes, die Tür. Er hat sogar Montes hinten am Helm stehen. Geile Scheiße. So, jetzt wird's wieder Stuntreich. Hoffentlich. Ja, guck mal runter. Wir können uns abschreiben. Da geht's gut. 20 Meter runter. Ja, klar. Mindest. Lass es sein. Lass es sein. Vorunsichtig runter. Mission Impossible, was? Ah, die haben schon teils auch ganz geile Dialoge gehabt. Also, ich hab mir meine Videos auch noch mal kurz angeguckt und dann, wenn sie hochgeladen wurden. Gut gemacht. Ja, kein Ding, bitte. Hab ich gut gemacht, wa? Ja. Bewegung. Jetzt geht's richtig. Haltet Spannung auf dem Zeil. Ja. Ich hörde aus wie was. Es wird schlimm sein. Jetzt kommt der Tür, oder? Also, hier. Die Kräuter. Ich bin ja auch frei. Blackbeard! Haltet ne Blendgranate bereit! So. Rein da. Dai! Ja, mega geil. Jetzt geht's richtig nach dieser Zeit. Oh, du, die Kräuter. Was ist das? Ich bin hier wirklich auch mit sehr, sehr schönen Stadler-Buskehle. Ich muss ihn selbst lassen. Jo, der hat wohl gute Aufgabe. Schönes Ding. Glaubst du, Al-Bascher ist da drin? Keine Ahnung. Finden wir es raus. Nedkovic, öffne das Tor. Volle Deckung! Ja, komm. Gesichert, gesichert! Gesichert, gesichert! Was zum Teufel ist das? Montes! Riechst du das? Rauch! Kodit! Wir müssen die Tür aufkriegen! Scheiße, ist die schwer! Ich geh rein! Ich geh rein! Na, Quatsch! Bist du aus Pappmarschie oder so ne Kacke? Stell dir mal nicht so an die Arschgeigen! Gesichert! Oh, bisschen Geld! Das ist ein Operationsraum! Anscheinend wollten sie zerstören! Nein, kommt doch! Alles noch da! Packt alles ein und nehmt's mit! Oh, Scheiße! Hier gibt's Karten von Paris, New York! Und auf einem Zufahrplan steht! 6 Uhr 2! Heilige Scheiße! Komm hier rüber! Mal gucken, was da jetzt drin ist! Helfe ich doch mal glatt mit! Das ist radioaktiv! Findest du die Idee gut? Oh! Wir haben keine Wahl! Ach, du Scheiße! Scheiße! Weißt du, was das ist? Nuklear. Bomben, russische. Da ist nur noch eine. Da ist noch Platz für zwei. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? Hey, das müsst ihr euch ansehen! Das Spiel ist deutsch wirklich vertont. Gut vertont. Gut synchronisiert etc. Echt nicht schlecht. Scheiße! Das ist Al-Bashir. Wer ist der andere? Keine Ahnung. Sie kommen runter. Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein. Keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und dann weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Hier Misfit 1-3! Hier Führung Misfit. Ich höre. Misfit. Wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Es könnte noch mehr geben. Misfit 1-3. Kontakt bricht ab. Hast du Massenvernichtungswaffe gesagt? Bitte wiederholen. Kein gutes Zeichen. Jo, gut erkannt. Und... ... ... ... ...